Guten Morgen aus Berlin, es ist Dienstag, der 24. November, 9.27 Uhr im Jahr 2015. Ich bin seit etwa einer Stunde wach, war jetzt schon im Bad und mache mich gleich auf den Weg zur Arbeit. Ganz so früh wie gestern bin ich nicht dran, gestern bin ich irgendwie 6.30 Uhr aus dem Bett gefallen, heute war es 8.30 Uhr. Natürlich ist mir deutlich lieber, aber wenn man früher ins Bett geht, geht 6.30 Uhr oder 7.30 Uhr auch, das ist eigentlich alles kein Problem, nur eine Sache der Gewohnheit. Naja, ich werde gleich nochmal kurz einen Abstecher in der Küche vorbeimachen, mir von meiner Kürbissuppe, die ich gestern Abend für Jasper und mich gekocht habe, noch was mitnehmen für heute für die Mittagspause und dann kann es eigentlich ins Büro gehen. Geplant ist von 10 bis 14 Uhr, ich glaube es wird 10 bis 15 Uhr, weil um 14 Uhr noch ein Meeting ist, ich bin mir aber gerade nicht so sicher. Und ansonsten, was gibt es zu erzählen? Der Seelenabend gestern war gut, wir haben zwar nur zwei Folgen von 12 Monkeys geschaut, also anderthalb Stunden etwa. Insgesamt war Jasper, glaube ich, zwei Stunden hier, aber der sah ganz schön müde aus und als ich meinte hier, siehst du ja richtig müde aus, da meinte Jasper nur über den Grad oder über den Zustand, Müdigkeit ist ja schon lange hinaus. Na ja, der Julius, der ist jetzt ein Jahr geworden am Samstag, nee, am Sonntag und kriegt halt Zähne und da können sie wirklich nicht richtig durchschlafen und dass das dann aufs Gemüt schlägt und auf die Konstitution, sage ich jetzt mal, ist schon klar, nachvollziehbar. Aber trotzdem ist es immer noch und immer wieder schön, ihn einmal die Woche zu sehen, ein bisschen mit ihm zu quatschen, Serien zu gucken und nächste Woche fahre ich dann ja wieder zu ihm. Heute, das steht heute an, wie gesagt, arbeiten von 10 bis 14 Uhr, am Nachmittag noch ein bisschen freiberuflich arbeiten und heute Abend möchte ich mich mal wieder zu Fallout stürzen. Ich habe gestern drei Streams gemacht bei YouNow und hatte eigentlich überlegt, ob ich beim Spielestream Fallout anmache, habe dann doch Valiant Hearts gespielt und heute möchte ich mich mal wieder in die Welt von Fallout begeben und dann mal ein paar weitere Level machen. Ich bin jetzt Level 11, nach 10, nach 13 Tagen des Erscheins oder nach 14 Tagen sogar ist das noch nicht so viel, aber ich hatte einfach nicht die Zeit zum Zocken und das werde ich heute versuchen mal ein bisschen nachzuholen. Vielleicht werde ich ja Level 12 oder 13, mal gucken. Vielleicht spielen wir auch heute Abend ein bisschen ESO, ist noch nicht ganz klar, aber erstmal wird gearbeitet und dann kommt irgendwann am Abend das Vergnügen. Allzu lang will ich heute nicht machen, damit ich morgen möglichst früh wieder aus dem Bett komme, vielleicht 7.30 Uhr, vielleicht kann ich mich ja darauf irgendwie so langsam einpendeln, mal schauen, ob ich das hinbekomme. Gut, ich wünsche euch einen schönen Dienstag, danke euch mal wieder fürs Zuhören und melde mich dann morgen Vormittag bei euch. Also, bis dann! Okayً Mmm Mmm Mm Mmm Mmm